Hallo, hallo, hier ist wieder MC Motherfucker von der Terrorgruppe. Ihr seid bei uns jetzt mittendrin in einer echten Live-Probe, eine der ersten. Das war ein typischer Terrorgruppe-Schluss. Solche Schlüsse können fast keine anderen Bands außer wir. Jetzt winke ich euch mal kurz zu, damit ihr auch seht, wer ich bin. Das ist jetzt ein Solo, was ich total oft üben muss, weil Solos muss man am meisten üben. Viele fragen sich, warum macht die Terrorgruppe das? Das ist ja eine Punkband. Ist ja eher Punk-untypisch. Ich sag euch, weil wir es können. Hört sich auch schon ganz gut an. Ja, und der Schluss. Ja, noch einer voll drauf. Solche Schlüsse können wirklich nur wir. Und die Tourdaten. Die zweite Show in Berlin ist übrigens auch schon fast ausverkauft. Es gibt nur noch ganz, ganz wenig Tickets, so 50 in etwa. Ähm, beeilt euch, ne? Und das war unser Bandname. Tschüss! Musik Vielen Dank.